Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 27. August 2021. Junge Leute können heutzutage nicht mehr viel mit Büchern anfangen, wir haben aber jemanden gefunden, der gerne liest. Pilak ist ein richtiger Bücherbund und liest schon seit ihrer Kindheit gern. Sie liest immer ein Buch, wenn sie nicht gerade schläft, auch unter der Dusche oder im Bad. Bisher hat sie mehr als drei Millionen Bücher gelesen. Jetzt, wo der Vorrat an neuen Büchern erschöpft ist, bleibt nur noch das Telefonbuch. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Wahnsinn, toll, dass ich dabei sein kann. Ich würde gern beziehen, aber ich kann einfach nicht. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Erdegras, junge Junge. Der 27. August war das Sendedatum dieser Mini-Nachrichten.